Gegenlandverfolgung. Kacke. Finde ich schon wieder, ey. What? Ich glaube, die können das auch. Fixer. Keine Bullen, sondern Fixer. Ey, sind das... sind das nicht... sind Fixer nicht die Polizei vom... Scheiße. Mir wurden anscheinend auch alle Hex gesperrt. Mir wurden alle Hex gesperrt. Noch nicht ganz alle. Boah, doch. Mir wurden alle Hex gesperrt. Ich glaube, da kommst du nicht weiter. Oh, doch. Doch, doch, doch. Oh, bitte, bitte. Ja. Hey, was geht? Wir spielen wieder hier Watch Dogs. Mit dabei der liebe Jan Christoph. Guten Tag und... Ach, das ist ja geil, dass ich noch rüber reinkommen. Da haben wir schon noch ganz schnell Auswahl, ne? Warte, geh mal ankaufen. Oh geil. Hast du vielleicht irgendwas geiles? Oh, erst mal Kaffee. Früher am Morgen erst mal Kaffee snacken. Snacken? Snacken. So. 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 Schön dir auf Hex trinken. Mach ich auch immer. Schön den neißen Kaffee. Also ich trinke... Wenn da bis aus der Maschine kommt. Besonders so in diesen Supermärkten oder auch beim Bahnhof, dann sind die immer sauber. Wie geil, wir haben einen Fokusboost. Ja und? Wir haben einen Fokusboost da durch. Egal. Ich hoffe, hier drin ist kein Rattennester, sonst würde ich den Kaffee wieder ausspringen. Achso. So habe ich das. Geil. Es gibt auch durch Energy Drink, bist du irgendwie schneller oder so. Kannst du auch kaufen beim Kiosk. Geil. Jetzt hole ich zurück, was er starrt. Wenn er Irax Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte da nichts mehr für Damien. Der ist ja schon scheiße. Okay. Ähm. Wir sind ja jetzt in der Nähe von dem Hacker, der uns gehackt hat. Oder wie war das? Weiß nicht. Wir wissen beide nicht, wo wir sind. Ja. Ich bin in Chicago. Genau. Irgendwo auf der Welt. Irgendwo im Amiland. Was war das da? Und was war da gerade rot? Egal. Ja, hab ich auch gerade gesehen, aber egal. Was muss man jetzt hier drin finden? Ähm. Den Zugangspunkt lokalisieren. Nur den, unserem Hacker. Okay. Ist hier irgendwas? Nö. Hier wird wahrscheinlich nichts sein. Vielleicht da drüben? Einmal über die Straße, da rechts sind sie Automaten. Irgendwie machen wir das? Genau. Nö. Da hab ich Bock drauf, vielleicht gesagt. Hier ist auch nichts. Phone, phone. Vielleicht tatsächlich hier drin? Nee. Aufregung ist Munition online. Mach ich auch. Vor allem, wenn es dann so um den richtigen Sprengstoff geht, dann stelle ich dann dort auch immer. Ja, ja. Ganz normal. Ja, als ob der sich jetzt da hinten verstecken würde. Kommt man da raus? Weiß nicht. Geil. Aber nee, das ist gar nicht mehr in deinem, nein, nicht mehr richtig in deinem Zielgebiet. Ich wüsst gern, wo das das ist. Ich würd mal da ein bisschen nach links hoch gehen oder jetzt gegenüber die Treppe da rechts hoch. Da hoch? Warum können wir jetzt eigentlich... Nee, da war was. Das war rot. Wahrscheinlich hast du das vorhin angeguckt. Das wird nicht ohne Grund rot sein. Ah. Besitzer. Okay. Springen. Boom. Tot. Denken wir jetzt einfach mal. Oh nein. Das gibst du doch so gerne. Ja. So. Und solange das nicht auf Zeit geht, ist das eigentlich noch ziemlich... Ja, das ist relativ chillig so, wenn es nicht auf Zeit geht, ne. Aber ansonsten ist es so mittelschillig, weißt du. Wieso? So. Entsperrin. Das passt doch ganz gut. Mach mal das. Das. So. Und... Tada. Trala. Okay. Was macht er an? Es ist ein Optikschuss. Oh mein Gott. Ich hoffe, es ist ein Optikschusses Audiokabel, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. VGR. Boah, das Mainmode. Nice. Ich bin verliebt. T-Bone. Ja, ich ja auch. Vergiss das Zeug. Wir müssen hier raus. Sorry. Ach, das wurde glaube ich genau die Szene, wurde glaube ich schon mal im Trailer gezeigt. Aber dieses Mainmode, ey, das ist ja so jung, ey, ne. Ist das echt so geil? Das ist... Es ist... Verdammt gut aus. Wo ist der? Weg. Da könnte noch jemand sein. Es ist cool, dass man das aus der Sicht sehen kann. Okay. Los. Nimm ich den. Oh, jetzt ist es... Oh, ey. Los, 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 los. Ich wollte schon sagen, ich wollte dich schon anschnorren hier. Anschnauzen. Anschnorren, du schnurrst immer nur bei anderen. Ja, ich schnurre. Ah, geil. Super wichtiges Leben. War nicht immer mit Freuden, aber... Hauptsache schnorren. Genau. Hauptsache weltspannend. Ja, lassen wir mal eben auf Maus und Tastatur wechseln. Vielleicht, aber... Nö. Was hast du gefunden? Nein, nein, nein. Du siehst mich nicht. Stimmt, okay. Könnte man rein theoretisch in das Auto dort einsteigen? Ne, den triffst du nicht, den triffst du nicht. Gleich aber. Hoffentlich. Ach, die Szenen war auch ein Trailer mit drin. Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach beklauen? Scheiße. Geh doch dahinter hinter das Blaue und hopp da hin. Okay. Hopp da erstmal hinter dem Blaue. Schaut. Ja, super. Für so'n Schuss brauchst du Fokus? Ist das... Ist das Sybilist? Nein. Sonst werde ich nicht mit so'n... Hab ich das denn gesehen? Oh, geh dahinter. Lauf! Ja, das machst du schon ganz gut. Muss man dir ja schon mal sagen. Weil Komplimente... Ja, ja. Besser als welche geben. Als Diskomplimente, ne? Diskomplimente. Übrigens heute bei der Gelegenheit... Ihr seid krank doch, oder? 60 Abos. Im Ernst. Haben wir gerade so heute gesehen. Du kannst... Aus Zufall... Geh von hinten an. Nö. Aber den. Den von hinten. Den ist von hinten. Los, nehm ihn von hinten. Nö. Doch. Nehm ihn bitte von hinten. Bitte. Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Aber ich mag die Speckhoffs so. Ich find das so cool, diese Aktion. Ich mag die Speckhoffs so. Ich find das voll cool, wenn er den dann so irgendwie so nen Kopf von unten schießt oder so. Wenn diese Aktion, wenn er dich angreifen möchte oder so. Ist das geil. Das ist schon cool gemacht. Ja, ich frag mich gerade so... Digga. Ey, 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 ey. Alter, wo bist du hin, ne? Scheiße, der Speichert. Nein. Warum Speichert der? Oh, und noch eine Sache. Als hier dieses Bratenloch war, hab ich vermerkt, dass der kleine scheiße MC DOS rumgefummelt hat. Er sucht erst mit dem Controller. Und er liegt aus seinem Sch... Aus seinem Schoß. Zwischen meinem... Äh, in meinem Schritt liegt er da. Genau. Zwischen deinem Schritt lag er. Ich muss dir sagen. I gain a SMS. Ich hab die umgegessen. Okay, nein, Verfolgung. Kacke. Find ich schon wieder, ey. What? Ich glaub, die können das auch. Fixer. Keine Bullen, sondern Fixer. Ey, sind das... Sind das nicht... Sind Fixer nicht die Polizei vom... Scheiße. Mir wurden anscheinend auch alle Hex gesperrt. Mir wurden alle Hex gesperrt. Mir wurden alle Hex gesperrt. Ist noch nicht ganz alle. Boah, doch. Mir wurden alle Hex gesperrt. Ich glaub, da kommst du nicht weiter. Oh doch. Doch, doch, doch. Oh bitte, bitte. Ja. Aber gerade so, ich dachte... Wenn du den Fokus später aktiviert hättest dann... Also... Ja. Deaktiviert dann hättest du, glaub ich, nicht mehr geschafft. War einfach. Ich will einfach mal fahren. Du hast schon die ganze Zeit gespielt. Hier, nimm. Und dann hab ich das auch. Übernimm das Steuer für mich. Damit... Aleandro, Aleandro. Damit ich auch mal was gemacht habe hier. Damit ich auch mal was gemacht habe. Obwohl das elektronische Schild sagt, das kann ich immer noch hacken. Ja, so kleinere Sachen kannst du immer noch hacken. Aber so die richtig großen... Also ich glaube, du kannst hier fast nur fliehen. Ja, ich denke auch. Oder töten. Wir können auch aussteigen und hier ein bisschen umballern. Aber viele. Ich denke, dazu sind wir noch ein bisschen zu dumm. Zu unfähig. Ne, es sind zu viele und dann kommen auch Polizei. Da ist das Problem dabei. Oh, scheiße. Das war das Problem nach dem Fokus, Leute. Das haben wir auch schon so oft mal angesprochen. Und ist das einfach... Das ist so schlimm, dass das Bild so flackert. Ja. Und ist einfach das gewöhnt und deswegen... Ja. Oh, ich hätte da reinfahren können. Was waren da aber dann, äh, Dinge? Da war ein Poller. Nein. Ah, so weit breitst du. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, das sah doch so gut aus. Vor allem die können ja schießen, ne? Ja, weil die jetzt auch zu zweit drin sitzen. Ja. Wir sitzen ja auch zu zweit. Ja, aber nicht im Auto. Du kannst mal versuchen trotzdem X zu drücken. Na, ja. Nein. Scheiße. Also, ne? Das... Yoshi, ne? Ja, ich dachte, das würde mir besser geringen. Aber es ist so schlimm, wie der Rüschung die ganze Zeit einfach nur flackern ist. Ja. Lass die auch ihre eigene Stadt auseinanderlegen. Ja. Na, machen wir doch an sich auch. Brücke, 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 Brücke. Mach! Scheiße, machen wir da runter. Ja, aber das... Das gibt uns sehr viel Zeit. Ja, stimmt. Das ist recht. Ha, geradeaus, Alter. Geradeaus, Alter. Schnell, schnell, schnell. Links, ja, links. Links. Links und gleich wieder rechts. Hammer's. Fokus drauf. Nein, nicht jetzt schon. Hast du da nicht? Doch, 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 doch. Kannst du fahren. Fahr einfach um. Ich sag mal immer noch. Fahr einfach um. Los, mach. Einfach fahren, einfach fahren. Oh mein Gott, das zählen uns. Ah, geil. Ah, geil. So geil mit Fokus. Oh, was? Wir treffen uns bald. Wir treffen uns bald, okay. Lololololoi. Ah, geil. Das fand ich jetzt gerade lustig zum Jus. Ja. Und damit haben wir auch Akt 4. Ähm. Die Mission, die ist das Ratenloch gemacht. Und ich denke, das wird mal eine etwas kürzere Folge. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.